Was? Äh, ja ... von mir's. Wat? Oh Ja, das wollte ich schon immer mal spielen Der Reis Ja dann Okay, dann mal los Aber sowas wollen Okay Das fürchte ich fast Was soll ich jetzt machen hier? Optional, lass die Kinder gewinnen Scanne die Umgebung Punkt der Zahl der Kinder 2, okay Was ist da? Wir lassen die Kids natürlich gewinnen Ist doch klar Ist er dem voll Wo sind die Leute? Für die neue Runde auf Standposition gegeben Nachbar Hm Natürlich, Herr Kommissar. Ich bin schon weg. Muss ich jetzt bis 99 spielen? So, was geht ab hier? Zeig dir. Ja, 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 ja. Zehn. Wir gucken, dass wir nur knapp drunter sind. Ein bisschen Spaß wollen wir ja auch haben. Was haben wir denn hier? Box-Anschule. Keine Ahnung, was der hier macht. Ähm. Leute? Acht von elf. Noch ist nix vorbei. Die Musik dazu. Na gut, spuck es aus, Drecksack. Warum kann ich nicht schießen? Was wird das hier? Ich meinte eure letzten Worte. Hahaha. Echt jetzt? Noch ein Hinterhalt. Okay, und jetzt? Essen ist fertig. Oh, Mama. Wir hatten ihn fast. Dann schnappt ihr ihn eben das nächste Mal. Aber wir waren besser als ihr. Aber wir waren besser als ihr. Wir sind die Besten. Aber sowas von. Danke, dass du sie hast gewinnen lassen. Sie hatten Spaß. Ach, kein Ding. Das sind tolle Kinder. Ich glaube, sie mögen dich auch. Hey, Essen ist fertig. Ja, Essen. Lecker, lecker. Happa, happa. Wir setzen uns mal hin. Und gucken mal. Wie war euer Spiel? Ah, es sieht ja verdammt. Voll geil. Köstlich aus. Wir haben dich fertig gemacht. Die Bösewichte? Hä? Ach so. Ja, die auch. Vor allem diese Synthetikwurst. Mal sehen, ob es so gut schmeckt, wie es riecht. Die Arbeitslosigkeit tut dir gut. Das sieht man. River genießt gerade das Familienleben. Familie und Polizei. Verträgt sich nicht. Endlich kann ich mal nachholen, was ich all die Jahre verpasst habe. Ja. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so unbeschwert gesehen. Oh, lecker. Was ist mit dir wie? Komm on. Ich muss essen. Ich muss essen. Ich muss essen. Ich war Nomade, hatte eine Familie. Jetzt nicht mehr. Doch. Ich hätte gerne irgendwann eine. Wir haben doch eine wieder. Wir haben doch wieder eine. Gefühlt von der Ewigkeit. Für mich ist nichts wichtiger als meine Kinder. Ich habe Fehler gemacht. In meinem Leben ist eine Menge schiefgelaufen. Aber ich habe meine Kleinen. Ja. Es ist wohl normal, ne? Dass die Kinder am wichtigsten sind. Kannst du... Joss, kannst du dir mich als Vater vorstellen? Nein. Ich meine, ich sehe auch nicht gerade aus wie eine gute Mutter, also? Ja, wer sagt ja? Hat ja auch keiner gesagt, dass sie eine ist, ne? Was ist das? Ich. Er hat selbst die Hand gehoben. Wie? Bist du mit jemandem zusammen? Rück raus mit der Sprache. Ähm. Ja. Dann wäre das ja geklärt. 1199 hier. Verstärkung benötigt. Komm, ich rette dich vor dem Überfall. Was? Was war das denn jetzt hier, bitte? Danke, Joss. Ja, danke. Wollte die irgendwas jetzt, äh... Puh. Das wurde gerade echt brenzlig. Ja, wie das wurde brenzlig? Wofür hat man einen Partner haben? Als nächstes hätte sie die alte Fotoalben gezeigt. Hm. Tja, wo gehen wir hin? Schmeißt du mich jetzt raus, oder was wird das jetzt hier? Was genau ist das? Ein Wasserturm. Idealer Ort. Ideal? Wofür? Trinken. Rumhängen. Reden. Hier lang. Following the river. Scheiße. Das Tor klemmt wieder. Muss es mal reparieren. Ja, und wo ist jetzt was von mir hin? Ich geh jetzt hier rüber, okay? Und du machst es von der anderen Seite auf. Hä? Geht schon. Wow. Okay. Was für ein Sprung. Einfach drücken. Okay. Bitte schön. Die Gegend ist eigentlich nicht übel. Optisch natürlich kein Blickfang. Aber was soll's. Corpo Plaza ist es nicht. Nein. Aber man kann hier leben. Gibt schlimmere Orte, um Kinder großzuziehen. Und Randys Ärger mit der Polizei? Er kam ja nicht aus dem Nichts. Stimmt. Aber Randy kommt ganz nach seinem Vater. Der hätte auch in einem netteren Viertel Ärger. Noch weiter hoch? Wo will er denn hin? Oh. Oh, der ist aber wohl langweil. Aha. Das hat man doch gerade schon mal mit der Skyline. Das ist jetzt nicht zwölfer. Die Aussicht ist der Wahnsinn. Echt toll hier. Sag ich doch. Ich hab was für dich. Das ist heute irgendwie die Folge mit... Äh... Warum das denn? Deine Pistole? Ich hab sie schon so lange. Zu lange. Zeit für einen neuen Besitzer. Aha. Weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist heute die Folge der theatralischen... Äh... ...interessante Warnung. Skyline-Gespräche. Macht's stockbesoffen. Genau hier. Was das hier zu einem besonderen Ort für deine Familie macht? So in der Art. Zeit für den Höhepunkt des Abends. Wollen wir was trinken? Oh... Hast du ne Limonade oder sowas? Limo? Ähm... Im Ernst jetzt? Ja, im Ernst. Sollte ein Familienessen werden. Ich war nicht auf... ...hochprozentiges eingestellt. Ne Limo. Auf Joss und die Kinder. Ja, auf die Familie. Da oben fliegt der... ...huter Schiff. Quatsch. Deine Ecke hier, deine Regeln. Aber du leistest mir Gesellschaft, oder? Alkohol macht mich echt charmant. Oh, was ist denn los? Soll ich den auch gleich küssen, Albert? Hm. Okay. Haben wir's jetzt. Das ist mir zu wenig Action. Hä? Haben wir jetzt gebannt hier? Wo hab ich das hingetan? Was ist denn hier los? Was ist denn hier? Wir besiedeln den Mond, können aber immer noch keinen Kater heilen. Naja, war wenigstens ein schöner Abend. Na, aber ich muss jetzt los. Hab Joss versprochen, ihn zu Randy zu fahren. Ganz ruhig. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst, um gerade stehen zu können. Hm, alles klar. Du bist Randy von mir. Mach ich. Bis dann, wie? Jawoll. Following the river. Level ab 45. Das checken wir jetzt mal aus. Wie war das? 18, 19. Brauchten wir 19 für irgendwas? 20. Und hier hat man, äh, Techie. Ermöglicht das Aufladen von Tech-Waffen. Nachhaltig ist die Schwimmigkeit voll. Äh, Moment, ich hatte was anderes. Erstmal macht man das jetzt hier auf 15. Und dann hatte ich hier, Vernichtung. Ne, doch, klar. Was war das denn? Was war das denn? Vernicht die Ausdauer beim Blocken? Das war hier, genau. Das war hier, Gewehre. Hier, erhöht kritischen Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 20%. Das wollte ich nehmen. Das habe ich das letzte Mal gesehen. So. Was haben wir denn für eine Waffe von denen bekommen? Und wieso? Habe ich hier keine mehr drin? Welche fehlt denn jetzt hier? Das, das. Da fehlt dem, die, die, das Ding. Libertine. Ne, was haben wir denn von Ideen her bekommen? Ja. Ist jetzt nicht besser als Skippy, aber ist okay. Und hier haben wir schon wieder irgendeinen Schrott. Wow, 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 wow. Fass sich das, Alter. Junge, Junge, Junge. Fass, wenn mir was passiert hier. Das wäre nicht gut gewesen. Ach, das war hier. Guck mal, hier haben wir so ein ganzes Messerset aufgehoben. Wir müssen mal kurz hier. War hier irgendwas Gutes dabei? Ne, hier war ein lila. Ein so ein lila Teil. Punkknife. Ne, das brauchen wir auch nicht. Schon wieder neue Schuhe. Hier hätte ich ein bisschen aussortiert. Was ist das denn hier? So, gut. Wo sind wir denn jetzt? Hier ganz hinten am Orsch der Welt. Dann würde ich mal sagen. Wir gehen mal... Da, da, ja, wir machen mal, wir machen mal, wir machen mal, wir machen mal hier so ein paar Aufträge. Wo ist das, äh? Da ist es. So. So. Okay, dann machen wir das mal. Hätten wir das jetzt erledigt? Ich speichere mal. Ach, guck mal, hier unten waren wir doch auch schon mal. Das ist doch hier... Ist das hier nicht Kabuki? Ich meine, ja. Moment. Hai im Wasser. Aha. Den muss ich ausnehmen. Ich schieße ihn doch nicht, alter. Ich muss mal eben schnell... So. Da ist noch kurz. Aha. Ist das ein Typ hier? Ist das ein Typ gewesen? Ist das ein Typ gewesen? Hier ist noch einer reingekommen. Moin! Hier hat auch noch was dabei. Viel Schrott, aber ok. Auto. Ja, lustig. Upsi. Upsi. Das Auto müsste doch mal hoch geben. Aber cool. So. Pharmazeuticals. Runter. Benutz mal. Achso, hier ist nur Nachrichten über Schulden. Das Gebiet ist groß. Wir schauen uns mal um. Gehen wir hier hoch. Ne, also hier. Gucken wir schon mal nicht weiter. Ne, wo soll das denn sein, bitte? Achso, verschwinde. Verschwinde ist meine Aufgabe. Ja, aber ich guck mich hier gerne. Ich hab mich hier umgeguckt. So. Gibt es denn hier sonst noch so? Es gab ein Problem, du hast es gelöst. Ich bin zufrieden, der Kunde auch. Gut so, wie? Auf, guck erledigt. Na, wunderbar. Da freuen wir uns doch. Gut. Gut. Gehen wir mal. Was haben wir denn hier noch offen? Ähm, wir gehen jetzt mal... Erstmal da hin. Und dann, ich weiß gar nicht, wie war der Ripper-Dock hier? Weiß ich nicht, aber ich wollte mal zu dem hier. Und hier waren doch gerade noch Aufträge. Moment. Erkunden? Achso, Bars. So, da ist noch einer. Äh, Schneureise mach ich wieder an. 200 Meter. Wie komm ich denn da jetzt hin am besten? Wie weit ist das denn? Ja, nicht spinnt oder? Wie kann der蹲ro anpassen? Wann ich me duty mal eben schnell? Weil, hier kenn ich die nicht! Okay. So. Jetzt weiß ich wieder nicht wo die ist der Ripper Doc. Guck, da. Die mache ich jetzt doch mal während der Aufnahme. Egal. Vielleicht war ich hier doch schon. War ich hier schon? Irgendwie. Nee, 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 nee. War ich hier schon? Ich will ein neues Stück Chrom. Na klar doch. Was brauchst du? Ich weiß es gerade nicht, ob ich hier schon war. Was hat der denn? Hier ist schon mal nix. Oh, was ist das denn? Bioplastische Blutgefäße erhöht die Gesundheitssignation außerhalb des Kampfes um 50 Punkte pro Sekunde. Das ist natürlich nicht schlecht. Blutpumpe. Stellt nach Aktivierung sofort 70% der maximalen Gesundheit wieder her. Abgängzeit 90 Sekunden. Natürlich nicht schlecht. Fällt denn Gesundheit auf 15? Wird ein Elektroschock frei? Nee, das ist Quatsch. Ähm... Stellt 6% der Gesundheit wieder her, nachdem du eine voll aufgeladene Waffe mit einem kompletten Treffer entladen hast. Ich nehme das Ding. Äh, was? Nee, stattdem. Stattdem. Blutpumpe. Kaufe ich einfach nur mal. So, damit wir es haben. Keine Ahnung, damit ich es habe. Dachte ich mir. Aber das ist ja schon mal cool. Also hier war ich noch nicht, weil sonst hätte ich das nämlich schon mal gesehen. Jawohl, endlich mal einer, der hier was hat. Oh Mann, dafür brauche ich Coolness 15. Coolness 12. Coolness 14. Okay, hier war ich leider. Hier, hier war ich noch nicht, aber der hat, äh... Wenn du den Schaden erleidest, besteht eine Chance von 10%, dass du einen großen Elektroschock abgibst. Was haben wir denn hier? Also auch Elektroschock und erhöhte Resistenzen. Wenn du von Vergiften betroffen bist, dringelst du Gesundheit, statt Schaden zu erleiden. Das ist auch sehr geil. Aber Coolness 14, da bin ich ja noch weit, 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 weit von entfernt. Der Panzerringer ist jetzt noch 50% auch sehr nice. Hier gibt es nichts. Hier gibt es nichts. Nichts. Oh, noch einer mit... Oh, was? 2.000? 2.000? Leck mich doch am Fuß. Raketenabschlusssystem. Das Ding müsste ich eigentlich mal probieren. Monodraht. Äh, ich habe aber gerade keine Lust. Können wir hier noch irgendwas machen? Mann, wer hat denn hier mal eine bessere... Bessere Skelett für mich? Ein besseres... Was haben wir denn hier? 10.8.6? 10.8.6, sehr gut. Das haben wir ja auch. Was haben wir hier? Im Besitz... Alasaka MK4. Okay. Also leider nichts, was wir nutzen können, weil... Ja doch, hier. Blutgefäße. Die haben wir jetzt. Und ansonsten... Immunsystem. Genau das, was ich bereuchte. Moment. Handeln. Was hat er denn hier noch? Klinge. Schockschaden. Guck mal, das kaufe ich auch. Sehr geil. Füßerschaden haben wir ja schon. Wofür ist das hier? Ach, das ist für die Laser-Dinger vermutlich. Äh, Laser-Dinger. Gefahrendetektor. Ich kaufe das Schema mal. Neurotransmitter. Alles klar. Coolness 8. Oh Gott. Das müsste ich auf 12 kriegen. Ja, schade. Man kann halt nicht alles haben, ne? Man muss sich schon ein bisschen spezialisieren. So. Cyberware. Mantis Kling. Physischer Schaden. Schockschaden. Was kann ich denn hier noch reinpacken? Warum habe ich hier nichts für? Das finde ich sehr schade. Verfügbare Mods 0. Ach, Gefahrendetektor habe ich schon. Mist. Ich will gar nicht brauchen... Äh, ich will gar nicht kaufen brauchen. Hier habe ich zwei neue. Oh, die Psychose. Ja, geil. Auch in Golden. Und jetzt probiert man eigentlich nur noch der Super-Ping. Optik-Neustart in Gold. Naja. Das braucht keiner. Den Ping habe ich immer noch hier in... in blau. Pingelingeling. Pingelingeling. So. Wer ruft mich denn jetzt an? Oh, nicht schon wieder her, Alter. Geht nicht, ich habe keine Zeit. Sag nichts mehr. Bin gleich da. Ja, ja. Bin ich gerade in der Nähe? Ich bin tatsächlich in der Nähe. Ich bin tatsächlich in der Nähe. Gibt es ja nicht. Hat er ein Glück. Was heißt jetzt hier schon wieder kleine Planänderung? Ja, nee, guck mal vorbei. Machen wir direkt den Auftrag mit. Du bist.